Musik Herr, muss ich mal ganz schnell aufs Klo? Du mir eingefallen, erzähl es jedem Einzelnen. Herr, komm doch mal einen Moment. Herr. Herr, komm doch mal. Was ist denn? Die Tür geht nicht zu. Ich kann die nicht abschließen. Ich stelle die mal davor, damit jemand reinkommt. Mein Gott, es wird doch jetzt nicht jemand reinkommen. Es muss doch immer so laut sein. Pass doch mal ein bisschen auf, ja? Da sitzen so viele Leute. Ich kann mich doch jetzt nicht hier davor stellen. Natürlich kann sie sich das vorstellen. Na gut, ich stehe jetzt hier. Oh, ist jemand drin? Aufblick warten. Ich muss aber so dringend aufs Klo. Ja, da drin ist auch einer, der muss auch so dringend aufs Klo. Ich klicke mir aber gleich in die Hose. Das muss man nicht. Mama, der Mann, der lässt mich nicht aufs Klo gehen. Ich, da ist auch jemand drin. Was gibt's für ein Problem? Der lässt mich nicht rein. Wieso lassen Sie die Kleine nicht aufs Klo? Was gibt's für ein Problem? Weil meine Frau drin sitzt. Soll das länger? Das weiß ich nicht. Ich muss glaube ich zu mich dringend. Ja, nun, Kinder, bin ich jetzt hier Klo-Vorsteher oder was soll ich? Amelie, komm her. Eine Minute noch. Die Frau braucht noch so lange da drin. Geht's noch ein bisschen, hm? Schau mal mal. Hä? 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 Wie macht drin? Stochenes, genau. My wine is inside. Hä? Anybody is inside. Die bleibt bald fertig. Naja. Das ist heimlich für mich. Ich fahr sofort nach Hause. Ja, guck mal, meine Tasche. Die liegt da auf dem Tisch. Ich brauch eine Sicherheitsnadel. Ist das doch. Na, rein ist da. Was, Pieseln? Mach auf! Moment, Moment, Moment! Es ist ein... Wo ist denn mein Mann? Ja, ich bin hier. Komm, hey! Was, Pieseln! Ich geh auf Zeit, du musst aufs Klo. Moment, meine Frau ist der Blut. Das geht jetzt nicht. Da hat das Haus, ich muss das Klo haben, mach zu! Da können Sie sich doch da hinten hinstellen, da ist doch... Die brauchst du nicht so umzuschreien hier! Wir sind doch netten Gäste, warte! Da gibt doch zwei Schilling, also man redet sie nahe! Moment! Dauert noch einen Moment! Ja, wie lange denn das? Ja, der möchte ich jetzt auch mal... ...müssen! Das ist ein Feuer! Was hab ich? Feuer! Ich schick dir Hose, dass das klemmt! Mach zu! Hallo, die Kleine müsste jetzt dringend... Da ist noch ein kleines Mädchen, das muss auch auf die Toilette gehen! Da bin ich ja eher Toilettenvorstand oder was? Kohlensbieseln! Vorsicht! Na, geh jetzt nicht! Moment! Nein! Der Reißverschluss meiner Fuß kaputt! Scheiße! Dieser, der Betrunkener, der will hier rein! Ich kann nicht dauernd in die Tür zu halten! Ich brauch die Hand frei! Jetzt halt doch mal die Tür von außen! Das halte ich ja! Das kann doch net angehen! Entschuldigung, aber die Kleine muss wirklich ganz dringend! Ist das nicht möglich, dass es irgendwie ein bisschen schneller geht? Dann können sie sich hier auch abhalten! Sie erkältet sich doch! Sie holt sich doch einen Ton mit der Kette! Ich hab' aber Zeit! Ja, genau! Hat der denn hier oben nur eine Toilette? Ja, es sieht anscheinend so aus! Bitte? Es sieht anscheinend so aus, dass sonst keine Toilette hier ist! Der wird doch gesagt, der andere ist eingefroren! Wieso? Ich bin halt eingefroren! Jetzt kommt mal die Kleine! Ist da vielleicht windstill dahinter? Das ist minus 10 Grad! Da kann ich die Kleine! Die hat nen Skianzug an! Ich kann die nicht von oben bis unten ausziehen! Ja, dann muss ich ihr die Hose machen und dann kaufen sie einen neuen Anzug! Oder ich kaufe die Hose! Ich muss kein Wurst und Arme! Noch nicht! Moment noch! Mein Gott, mach's schon! Geht's noch raus! Geht's noch raus! Wir sind da los! Also, normalerweise... Geht's noch raus! Geht's noch raus! Geht's noch raus! Schau! Zahnreiter! Ja! 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 Versteckte Kamera! Thomas Orner mein Name! Ja! 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 Untertitelung des ZDF, 2020